Leipzig, 10. Juli 1919. Der Musikforscher Hugo Riemann stirbt. Fünf Bände, der dickste 1086 Seiten. Ein Sachteil, zwei Personenteile, zwei Ergänzungsbände. Vom Ton A bis Sivni Adalbert. Alles drin, was Musikerherzen höher schlagen lässt. Wenn man vom Riemann spricht in Musikerkreisen, dann ist meist nicht die Person Hugo Riemann gemeint, sondern das Lexikon, das er 1882 veröffentlichte und das noch heute Bücherregal-Grundausstattung ist, wenn man sich mit Musik beschäftigt. Schlägt man nach in seinem Standardwerk unter Riemann-Hugo, finden sich zehn eng gedruckte Spalten. Ein Rekordeintrag im eigenen Lexikon, aber gerechtfertigt. Ben Riemann war ein Tausendsasser, ein Universalist im besten akademischen Sinn. Ein Gelehrter, Historiker, Forscher, ein Praktiker, Komponist und Pädagoge. Mit Klavierunterricht finanzierte er in Hamburg, Sondershausen und Wiesbaden den Lebensunterhalt für Gattin Elisabeth Bertelsmann und die fünf Kinder, weil die Universitätskarriere lange nicht nach Plan verlief. Erst 1901, mit über 50, wird Hugo Riemann Professor in Leipzig. Danach folgen die Titel, Würdigungen und Ehrendoktorwürden allerdings in rascher Folge. Zäzilien Akademie Rom, Königliche Akademie Florenz, Musical Association London, University of Edinburgh. Alle wollten sie ein Stück Hugo Riemann für sich haben. Als Hugo Riemann 1919 mit fast 70 Jahren an den Folgen mehrerer Schlaganfälle stirbt, ist er Deutschlands prominentester Musikgelehrter. Bücher und Aufsätze über Harmonielehre und die Natur der Harmonik, über den Ausdruck in der Musik, über Dynamik und Agogik, über Notenschrift und Notendruck, über Epochen und Heron der Musikgeschichte, ferner Katechismen der Ästhetik, der Phrasierung, der Akustik, der Orchestrierung, der Vorkommissionen. Kein Fachgebiet, zu dem der akribische Forscher nicht Wesentliches und Grundlegendes beigetragen hätte. Wollte man ihm ein noch größeres Etikett anhaften, könnte man Hugo Riemann guten Gewissens als Begründer der modernen deutschen Musikwissenschaft bezeichnen.